Ich merke, ich brauche mehr Sound und Dingens hier. Definitiv. Ja, das ist eine gute Frage, dass man da noch ausmachen könnte. Aber so weit waren wir bis jetzt noch nie. Dass wir bis ins Jahr 2005 gekommen sind. Nee, nicht mehr ansatzweise. Wir waren aber jetzt in der 90er. Ja, immer so kurz vor der 90er und dann scheißen meistens unsere Spielstände ab. Genau. Und wir machen jetzt mal Aufgabe abbrechen. Ja, und du machst jetzt mal Start-up-Helker-Mager in eine eigene Messe. Wunderbar für den Support. Wir sind gerade auf. Einstellen. Marketing und Support. Hätte ich gerne noch einen. Ja, einstellen. Mit dir. Mit der Arbeitsmarkt wieder nicht, ne? Eine Fresse. Okay, guck mal. Einstellen. Hopp, reiner mit dir. Reiner mit dir. Reiner mit dir. Reiner mit dir. Oh Gott. Design, 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 design. Oh, der gibt mir 5 Millionen vom Markt. Ätzend. Finde ich nicht, Leute. Ja, ich finde das ganz schön traurig. Oh. Ein bisschen Mitleid finde ich gar nicht so schlecht. Ich komme nur mit dem Funken klar. Nur ein bisschen reicht. Ja, ist okay. Ein bisschen komme ich klar. Irgendwann muss es auch reichen, also, ne? Ja. Da muss man nichts übertreiben, also. Äh. Was? Ja, du hast gerade gesagt, erst mal Marketing erforschen. Ich nehme dem mit 95% Marktstärke. Und wir kriegen eine 90%. Ja. Ja. Das hat er. Und erstellen wir einen Spielbericht. Da machst du auch direkt ein Update drauf. Da drauf. Da drauf. Und da drauf. So. Müsst ihr ja mittlerweile eigentlich alles passend an? Bei, äh. Oh, oh, oh. Äh. Machen wir aufgabe abbrechen. Ja. Eigene Messe lassen wir nochmal ein bisschen laufen. Easter Eggs. Ja. Ganz wichtige Zeit. Hm. Oster Eier. War ja gerade erst, ne? Ja. Machen wir eben. Bestellen. Ansehen. Indiana Jones 2. Fertig? Muss der noch einen hoch und der noch einen runter. Äh. 81. Entwickeln. Vorsitzung. Hm. Dann nehmen wir in. Design einsetzen. E-Plattform. 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 Und mit dem da. Den noch einen runter. Den noch einen hoch. Mehr tut er auch nicht gehen. Tun. Machen. Ding ins Kirchen. Weißt du? Aha. Na dann. Mh. 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 ja alles und mag die kampagne spiel für das da ja ich merke ihr kann bock mal um arbeitsmacht wieder neu reinzumachen habe ich auch schon so gefühl kriegt wenn die so langsam ein bisschen faul ist bis jetzt bei 2005 entwicklungskosten mittlerweile 2,5 millionen und echt echt wohl krass. Wir prügeln uns gerade auch wieder so ein bisschen um die Kohle, ne? Also um die Fans, auf jeden Fall. Aber Kohle, du hast das nächste Gebäude schon, das ist unfair, finde ich nicht nett. Weil der Personal Computer ist raus. Ich habe noch gar nicht gesehen. Ups. Also ich finde das vollkommen okay. Also ich finde das vollkommen okay. Also ich finde das so gestehen. Ich finde das okay. Ne, ich nicht. Mal erst mal die Marketingkampagne da zu Ende. Solange können wir dann später vortragen hier. Und da ist auch schon wieder Produktion erforscht. Nein. Das habe ich noch nicht. Noch nicht, ne? Ne. Das habe ich noch nicht, ne? Leicht, gleich. Als nächstes, wer weiß. Ja, genau, wer weiß. Mal schauen. Vielleicht tue ich das. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Eine eigene Messe. Ach, eine Anpassung. Bestes mal brauche ich mein Marketingberuf. Wann auch wieder Leute im Marketing? Marketing und Support. nicht was nie vorgeschwindigkeit zwei add-on ein publisher begeben 80 80 prozent definitiv geht auf jeden fall schlechter der syndicate 3 hat dark syndicate 3 hat mittlerweile über 6 millionen gemacht ja meine torbeschädigte 2 schon neun dass du jetzt mittlerweile an personalkosten 154.000 125 du betreibst auch mal direkt weiß gar nicht war ja natürlich ja ich habe auch 33 hochgradige designer eingestellt ja war klar war klar übergeben wir mal mieten sich eigentlich neues ja und wir kommen auf 90 prozent 20 star designer das ich habe mich nie welche kriegt nur zwei der schläft schon auf dem auf dem arbeitsmarkt das ist ja auch keine jorge sind schon wieder neu raus adventure adventure aventure sehr zufrieden sind spielbericht erstellen von dem da da müsste ich mittlerweile dann auch alles haben ich bin wunderschön wunderschön wir suchen uns mal jetzt raus heute kunden ihr macht mal die händchen und nicht mehr für den und mit dabei für den und der park adventure will im adventure mit kopfgeldjäger und in dieses game natürlich hitman die main plattform die nimmt zweite und die dritte und die vierte danke alle sprachen natürlich so klar wir nehmen spielkonzept von von er nur design einstellungen übertragen so so ja schon zwei jahre dinge bessere story besseres charakter design das wir nehmen jetzt mal und action mit dem und dem nennen das so so für den für den für den und gibt es noch schönes 5 prozent jetzt ist es rund auf dem markt ja wenn man dann noch weiß was man macht aventure alle sprachen oh man die vorgeschwindigkeit 2 ist platz 2 in den all time schadze was 10 millionen gewinnen 1,3 über 1,3 millionen mal verkauft hoch jetzt geht es noch wieder los bei dir ne hoch nicht vorgeschwindigkeit 2 ist der burner immer und gleich mach ich nicht vorgeschwindigkeit underground ich glaube da ist der name glaube ich zu lang dann so kriege ich jetzt mal wieder auf dem arbeitsmarkt die entwicklung das und das und abflug ja das ist richtig speichern dass da und das hat auch mit spieler und abfahrt und du musst mal die 10 millionen nicht mehr reicht schade die vorgeschwindigkeit 2 ich kann es 98 millionen die schade die marketing für das problem schon immer ein bisschen klein wenig noch einführen support betademo ein paar für marketing 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 schwing schwing nein siehst du wollte nicht in den teppich wolltest du wohl doch spezialmarketing für hitman ich habe das andere gebäude was was wir daraus machen ist fertig ob ich versuchen 16 plus 16 90 prozent jetzt entwickeln wir ein anderes spiel wir nehmen wir mal ein bessere idee wir machen dafür noch eben ein update dafür im geschmeich 133.000 marktforschung durchführen kann ich so lange dauern hoff ich wo gehst du eigentlich warum gehst du da in den raum du blödes stück der andere raum ist genauso aufgebaut wie der bist du ob du behindert bist habe ich nicht gefragt marktforschung das spiel entwickeln dann rennspiele mit action mit autos ja mit vielen mania drift hier Burnout gibt es auch noch. Gran Turismo. Porza. Porza. Porza, genau. Nistatrend 4 zu 80%, Rennspielen und Fußball. Alle Sprachen, Rennspieler. Sorry, braucht dabei kein Mensch. Charakter Design braucht dabei auch kein Mensch. Mehr für Kusel. Rennspieler, auf jeden Fall Technik. Machen wir so. Hitman. Bedürfst. Mit einer 82. Verbessern, natürlich. Und hochwertige Kaffee. Ist das Soundtrack? Na los? Gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.